Wir hören nämlich, dass etliche von euch unordentlich wandeln und nicht arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Solchen gebieten wir und ermahnen sie im Auftrag unseres Herrn Jesus Christus, dass sie mit stiller Arbeit ihr eigenes Brot verdienen. Und das ist Gottes Wille für alle Menschen, dass wir arbeiten und unser eigenes Brot verdienen. Und das macht man auch glücklich. Diese Leute, die nicht arbeiten, sie sind nicht glücklich. Man kann sie überall in Phoenix, Arizona sehen und sie stehen an alle die Ecken von allen Straßen und sie fragen nach Geld und sind nicht glücklich. Ich will nicht diese Leute sein. Aber sie sind so wegen Alkohol, Drogen und sie verstehen nicht die Freude, die kommt von einem guten Tag von Arbeit, oder? Ja, und sie wollen einfach keinen Stress haben. Oder viele Leute haben diese Vorstellung, wenn ich weniger Stress hätte, dann würde es mir besser gehen. Aber nicht unbedingt. Wir müssen Stress auch mal durchhalten, dann erreichen wir etwas und wir freuen uns darüber, dass wir es erreicht haben. Genau. Schmerz ist ein Teil von unserem Leben. Und wir müssen leiden. Das ist unser Leben. Und diese Leute leiden mehr wie ich, weil sie nicht arbeiten. Aber sie denken, dass sie besser genießen werden, ohne zu arbeiten. Aber das ist blöd Sinn. Entschuldigung. Entschuldigung.